Box-Champion Ryan Garcia beleidigt Muslime und Schwarze? Wir schauen uns das Video von RingLive an. Ryan Garcia hat gestern völlig den Vogel abgeschlossen und er scheint als wäre er komplett durchgedreht. Nach all den Sachen, die er in den letzten Wochen gesagt hat, dachte ich eigentlich nicht, dass es noch schlimmer werden könnte, aber er hat es tatsächlich geschafft, da noch einen draufzusetzen und sich jetzt extrem, extrem, extrem viele Feinde zu machen. Und zwar ist er gestern tatsächlich auf Twitter online gegangen und hat das hier gepostet. Ich weiß ehrlich nicht, was genau bei dem Typen im Kopf vorgeht, aber Wie kann man eigentlich so ekelhaft sein? Und das als Box-Champion, eine Schande für alle Boxer. Ich sage euch ehrlich, der Typ hat miese, miese psychische Probleme und all die ganzen Leute, die gesagt haben, so ja, der macht das absichtlich, weil er möchte die Leute bloßstellen, die Elite und so. Ich habe euch von Anfang an gesagt, ich glaube das bei dem nicht. Ich glaube die ganze Story nicht, die er da von Anfang an so fabriziert hat, weil man sieht ihn immer wieder ständig besoffen, high, was weiß ich was in seinen Livestreams und dann redet er da irgendeinen Blödsinn. Und ich kann ehrlich gesagt auch nicht mehr verstehen, wie die Leute so da ihn noch verteidigen können, sage ich mal. Ich sage euch ehrlich, meine Meinung nach, Ryan Garcia nutzt dieses ganze Thema, was er da gesagt hat, von wegen so, ja, Kindermissbrauch und Elite und so. Das ist einfach nur so ein Strohmann, den er benutzt, um davon abzulenken, dass er eigentlich völlig durchgedreht ist und dass er jetzt ständig scheiße redet. Jedenfalls, ich erzähle euch jetzt, was ganz genau gestern passiert ist, was er alles gesagt hat und was jetzt die Folge dafür ist. Bevor wir jetzt aber losgehen, gibt es erstmal eine ganz kurze Werbung für ESN. Bis zu 70% Rabatt bei ESN mit meinem Rabattcode Ringlife. Packt alles ein in den Warenkorb, was ihr haben möchtet, tippt unten dann als Gutscheincode Ringlife ein und ihr spart bis zu 70%. Hier ist nochmal eine kurze Auflistung von Supplementen, die ich gerne benutze. Die könnt ihr gerne genauso nachbestellen und eine kurze Erklärung steht auch dazu. Also, wie gesagt, Ryan Garcia ist gestern auf Twitter online. Freunde, und wenn ihr bei ESN was bestellt und mich supporten wollt, könnt ihr natürlich den Code Macher benutzen. Danke für euren Support, denn die meisten meiner Videos auf dem Hauptkanal sind leider gelb. ...mal wieder anscheinend komplett zugedröhnt und high und hat noch einmal das reingeschrieben und nicht nur das, sondern noch viel, 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 viel mehr. Er hat dann unter anderem auch gesagt, holt George Floyd wieder zurück ins Leben, damit man ihn dann wieder kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, George Floyd ist dieser schwarze Mann, der damals von mehreren Polizisten, wo die sich auf seinen Rücken gesetzt haben und der auf offener Straße dann daran ist, weil er keine Luft mehr bekommen hat. Da gab es ja damals einen weltweiten riesigen Aufstand, wo sich alle über Polizeigewalt und so weiter und so fort aufgeregt haben. Also wer jetzt nicht sieht, dass Ryan Garcia wirklich einen psychischen, absoluten Dachschaden hat und kein vernünftiger Mensch ist, da weiß ich auch nicht, ja. Er ist dann noch... Leute, ich kann es nur wiederholen, wirklich Finger weg von Alkohol und Drogen. Das bringt selbst so ein Box-Champion zum Abstürzen. Es ist einfach heftig, wie sich manche im öffentlichen Leben benehmen. Er ist einmal ins Internet gegangen, nachdem ihn viele Leute daraufhin konfrontiert haben, so ey, was redest du da, was soll diese Sache, hat er noch viel, viel mehr Sachen gesagt, dann hat er sich auch noch gegen Christen gewendet. Er selber ist ja eigentlich Christ, ne, oder redet ja immer darüber Jesus und Gott und so weiter und so fort, ne. Und dann hat er einfach dann gesagt, dass Christen auch, ne, ich will das alles nicht sagen, weil sonst wird mein Video direkt demonetarisiert und ich bekomme wahrscheinlich auf YouTube einen Shadowban oder so und meine nächsten Videos kacken komplett in der Reichweite ab. Deswegen muss ich ein bisschen zensieren, was ich jetzt hier sage. Der hat sich gefühlt gegen die ganze Welt gestellt und dann am nächsten Tag, als er wieder nüchtern war oder halbwegs nüchtern, hat er auch gesagt so, ja, ich entschuldige mich für gar nichts, ich habe gesagt, was ich sage und wenn ihr was wollt, tut mir halt irgendwas an. Ohne Sinn, was er da labert. Generell gegen Religionen zu schießen oder gegen Schwarze, warum macht man sowas? Also lasst doch jeden so leben, wie er möchte. Und dann hat er auch so ein Livestream mit seiner Freundin gemacht, war auch da wieder komplett zugedröhnt, wie man offensichtlich in dem Video sehen konnte. Ich bin eigentlich so der Letzte, der auf diese ganze Cancel Culture und auf diesen Zug immer so mit aufspringt, weil ich das immer so richtig lächerlich finde. Aber bei Ryan Garcia, sage ich ehrlich, holt den Typen raus aus dem Internet, nimmt dem irgendwie Handy weg, packt den in irgendeine Reha oder sowas, weiß ich nicht, wo er wieder zu sich kommt, wo er runter von den Drogen kommt, wo er runter von was weiß ich allem kommt, weil der Typ ist nicht vernünftig im Kopf. Ich weiß nicht, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt, wie das noch eskaliert und was bei dem noch in Zukunft passiert. Würde mich nicht wundern, wenn der Typ irgendwann jetzt die nächsten paar Tage, Wochen oder so irgendwo rumläuft und auf offener Straße jemand vorbeikommt und ihm irgendwie eine Kugel durch die Augen oder sowas brettert, nach den ganzen Sachen, die er da gerade sagt. Ganz ehrlich, es sind in der Vergangenheit sind schon schlimmere Dinge passiert für weniger, die im Internet gesagt wurden. Jedenfalls, als Folge dessen, er hat ja aktuell eine Boxsperre. Das ist wirklich das beste Beispiel, wenn dir der Fame, Ruhm und Geld zu Kopf steigt. Die heben ab und labern dann nur noch Mist. Er darf ja aktuell nicht boxen wegen seinem ganzen Doping-Ding und jetzt hat er von der WBC, vom Präsidenten der WBC endgültig eine Sperre bekommen. Ich weiß nicht, ob da ein öffentliches Entschuldigungsvideo-Statement und was weiß ich was, von wegen ich bin drogensüchtig und ich weiß nicht, was ich da alles gesagt habe, ob das reichen würde, quasi so eine Entschuldigung, um sich wieder reinzuwaschen. Aber ich glaube ehrlich, das war so wirklich jetzt so das Letzte. Also ihr müsst euch ja vorstellen, der erlebt diesen Crash gerade, obwohl er eigentlich in einer guten Situation ist. Er hat seinen letzten Kampf gewonnen, er hat einen Haufen Geld gemacht. Jetzt stellt euch mal vor, die ganze Welt wendet sich jetzt gegen ihn. Die ganzen Sponsoren wenden sich von ihm ab, er bekommt kein Geld mehr. Was für einen Crash wird er dann erleben? Ich hoffe auf jeden Fall, dass irgendjemand, der in seinem Umfeld ist, den Typen mal rausholt und wie gesagt, wirklich den in eine Reha oder was weiß ich, in eine Kuh oder so bringt, wo er... Ich frage mich auch, wo die ganzen Leute in deren Umfeld sind. Ich meine, er ist Box-Champion, er wird einen Trainer haben, er wird ein Management haben. Wo sind die alle? Warum supporten die ihn nicht? Von seinen Drogen runterkommt, weil keine Ahnung, wie das jetzt noch weitergehen soll. Alle paar Tage kommt von Rangas hier irgendwas Neues raus, wo er verrückte Dinge sagt und das Ganze immer nur schlimmer macht. Und jetzt feindet er sich einfach gefühlt mit der ganzen Welt an. Ey, ich frage euch nochmal, ja, glaubt ihr wirklich die ganze Story, die Ryan Garcia da erzählt hat, von wegen er wurde entführt und er hat Videobeweise und er musste zusehen, wie Kinder was weiß ich was werden und die Elite und so? Oder seid ihr jetzt mittlerweile mal meiner Meinung, dass der Typ komplett durchgedreht ist? Würde er keine Drogen oder Alkohol konsumieren und klar bei Verstand sein, könnte man darüber diskutieren. Aber wenn man sieht, wie zugedröhnt er ist, dass er die ganze Zeit trinkt, Drogen konsumiert oder was weiß ich was, dann ist es normal, dass man denen nicht glaubt. Das ist wahrscheinlich in seinem Kopf passiert. Ja, ich hab's damals gesagt, es gibt solche Dinge höchstwahrscheinlich, ja, wie irgendwelche elitäre Kreise, die bestimmte Dinge, ekelhafte Dinge und sowas machen. Aber ich hab auch gesagt, ich glaube, Ryan Garcia diese ganze Story nicht, weil der hat schon vor Jahren hatte er schon psychische Probleme. Vor Jahren hat er sich schon eine Auszeit von Boxen genommen, weil er gesagt hat, er hat psychische Probleme und Depressionen. Und jetzt ist das ganze Ding wieder zurückgekommen. Ehrlich, Leute, passt ehrlich auf euch auf, ich schwöre es euch, deswegen haltet die Finger weg von Drogen. Drogen werden heutzutage irgendwie so komplett verharmlost, ja. Nicht nur Drogen werden verharmlost, sondern auch Alkohol. Alkohol ist die einzige Droge, wo du dich rechtfertigen musst, warum du sie nicht nimmst. Hä, warum trinkst du denn gar nicht? Also da kann ich Ring Life nur zustimmen, Alkohol, Drogen wird alles zu sehr verharmlost. Wirklich, Finger weg von dem Mist. Ich meine, das bringt euch im Leben nicht weiter. Was euch weiterbringt und eurer Gesundheit ist eine gesunde, stabile Ernährung und Bewegung, irgendein Sport, der euch Spaß macht. Das ist so die Basis, dass ihr gesund seid, sowohl körperlich als auch mental. Cool, die ganzen Rapper rappen darüber, wie cool ist es, Drogen zu nehmen. Es ist nicht cool. Ich schwöre es euch, es ist nicht cool. Ihr habt keine Ahnung, was es mit eurem Körper macht, welche Synapsen bei euch durchbrennen und wie gestört ihr vielleicht irgendwann mal werdet deswegen, ja. Also lasst die Scheiße einfach mal sein. Das war es, kurzes Update-Video zu diesem ganzen Ding. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn es ein Update dazu geben sollte, werde ich euch ein Update vom Update geben. Ansonsten, krass, sag ich euch ehrlich. Ja, nicht nur krass, sondern auch irgendwo traurig, denn ich wette, er hatte sehr viele Fans, die ihn als Boxvorbild nehmen. Und ja, dass er dann so abstürzt, ist traurig mit anzusehen. Und zu dem Drogenthema, es gibt auch Leute, die bekommen eine Psychose und denen ist dann so gut wie gar nicht mehr zu helfen. Und denkt jetzt bitte nicht, ach, mich trifft sowas sowieso nicht. Das haben die Leute wahrscheinlich auch gedacht, die es bekommen haben. In dem Sinne, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ganz wichtig, abonniert diesen Kanal. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.